Also würdest du sagen, das Allerwichtigste ist, dass ja viele so sich verstecken, die haben keine Bilder drauf, die haben Stockfotos, die gehen nicht in die Sichtbarkeit. Geht es dann überhaupt? So, let's go zur heutigen Folge vom Emolution Podcast. Ich muss sagen, das ist ein Thema, wo ich sehr, sehr, sehr lange drauf gewartet habe. Ich denke, ich spare mir an der Stelle wirklich das lange Gerede, weil der Gast spricht heute für sich. Da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen über diese Personen. Deshalb, Christoph, ich freue mich, dass du heute da bist. Schieß einfach mal los und stell dich vor, wer bist du? Was machst du? Ich freue mich, dass ich da sein kann bei euch. Vielen, vielen Dank, lieber Heinz, lieber Leon. Ja, ich bin Christoph Schmidt, Experte für Story-Marketing und strategische Sichtbarkeit und helfe Unternehmern, Selbstständigen Klartext in ihre Marketing-Kommunikation zu kriegen, damit sie damit endlich mehr Kunden gewinnen, weil sie diese Kunden eben auch direkt ansprechen. Was ist dein Background? Also, ich habe sehr, sehr lange Kommunikation geleitet, gestaltet für nationale, internationale Unternehmen, zum Beispiel Twitter aktuell. Davor habe ich lange in der Theaterwelt gearbeitet, Kommunikation gemeinsam mit Unternehmen wie Disney, Cirque du Soleil gemacht und dort gelernt, wie Storys, wie wichtig Storys sind, egal ob auf der Bühne oder im Film oder eben auch im Marketing. Egal, an welcher Stelle du stehst als Unternehmer, die Story muss stimmen. Das habe ich dort mitgenommen und daraus meine Methode entwickelt, um eben Klartext in diese Story zu bringen. Um auch wirklich eine Marke positionieren zu können, weil ich denke, das sollte ja die Grundbasis auch für das Thema sein. Genau, also eine Marke aufzubauen, eine Marke zu entwickeln, überhaupt ein Gespür für eine Marke zu kriegen. Was ist eigentlich eine Marke? Und auch das Selbstbewusstsein zu haben, diese Positionierung zu leben. Diese Positionierung jeden Tag zu leben, denn nur so funktioniert eine Marke, dass sie ständig die Positionierung wiederholt und daran diszipliniert bleibt und nicht sagt, heute mal so und morgen mache ich mal so und dann mache ich nochmal so. Das ist der größte Fehler. Jetzt ist ja so, in der Show-Welt ist ja jeder Film zum Beispiel, ist ja wieder eine Marke für sich. Wie, ich sage jetzt mal zum Beispiel James Bond oder ich weiß ja, dass du auch Musical gemacht hast, viel sogar, sehr über viele Jahre auch. Da ist ja jedes Musical wieder eine Brand für sich. Ja, und das ist ja, glaube ich, ziemlich spannend, oder? Da in diesem Bereich zu agieren, wo du immer wieder, da geht es ja gar nicht darum, jetzt wie Disney. Klar, Disney ist natürlich eine Marke für sich, Weltmarke, Riesenmarke. Die einzelnen Produktionen. Genau, die einzelnen Produktionen sind ja die Untermarken, wie Mickey Mouse oder was auch da alles gibt. Aber erzähl doch mal so aus der Musical-Welt, meinetwegen. Oder du hast ja auch schon auch mit den einen oder anderen Künstlern gearbeitet, die auch durchaus Rang und Namen haben. Was zeichnet denn jetzt so jemanden oder so einen Film oder so ein Musical, was zeichnet das denn jetzt aus? Also was ist das Besondere? Und was mich interessiert ist, was kann ich jetzt daraus ableiten? Du hast ja gesagt, deine Strategie, die du entwickelt hast, was kann man jetzt daraus ableiten? Was kann ein, ich sag mal, Solopreneur oder kleiner Unternehmer oder jemand, der auf dem Weg ist, Unternehmer zu werden, was kann er daraus lernen? Im Grunde genommen haben wir alle dieselbe Herausforderung. Also es geht bei einer guten Story immer darum, dass jemand ein Ziel hat, das Ziel will er erreichen. Aber damit sind auch Probleme und Herausforderungen verbunden. Und die zu meistern, die zu meistern und daraus gestärkt, verändert hervorzugehen, ist am Ende des Tages das Grundkonstrukt einer richtig guten Story. Egal, ob du jetzt einen Film nimmst, Theater nimmst, das bewegt die Menschen. Und dieses Modell kannst du auch auf dein Marketing übertragen. Das Bedürfnis, also wenn man mal ganz konkret nimmt, wir sind ja hier bei Immobilienmaklern. Es gibt die Herausforderung, eine riesige Herausforderung für Menschen, die ihre Immobilie verkaufen wollen. Das ist ein Riesenthema. Da kannst du viel falsch machen, da haben die Angst vor. Und vor allem, es ist Veränderung. Es ist ein Neubeginn. Ganz, ganz viele Bedürfnisse, die in diesem Moment drinnen liegen. Und das zu bedienen, das konkret anzusprechen, empathisch zu sein als Marke, als Makler, das ist die Kunst. Und vor allen Dingen auch dem Käufer, natürlich vornehmlich dem Verkäufer, mal klarzumachen, was man auftritt, ist eben nicht nur Tür aufschließen. Was ja viele im Kopf haben. Tür aufschließen, da will der Makler Riesenkohle für haben. Und der Makler schwimmt und rudert und rudert und rudert und kriegt es aber nicht aus die Köpfe raus. Guck mal, du hast ja, oder wir alle haben pro Tag aktuell 10.000 bis 13.000 Werbeimpulse. Impulse von Marken, die irgendwas von uns wollen. Wie schaffen wir es also, unsere Kunden, unsere potenziellen Kunden, die Kunden haben wir ja schon, die sind ja schon auf unserer Seite. Wir wollen ja die, die Interesse haben, die überlegen, vielleicht könnte ich mit dem verkaufen, vielleicht könnte ich aber auch mit dem verkaufen. Oder vielleicht sogar helfen, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, verkaufen zu wollen. Ja. Und das ist ja auch ein ganz großer Markt, der eben noch gar nicht in dieser Phase ist, die Entscheidung getroffen zu haben und danach zu suchen nach Hilfe. Sondern auch vielleicht das Problembewusstsein erstmal zu schaffen, ohne dass er es überhaupt weiß. Natürlich wird ein Interessent darauf reagieren, was ihn auch anspricht, was seine Bedürfnisse anspricht. Das heißt, wenn ich als Immobilienmakler die Story erzähle, jetzt ganz konkret, Immobilienmakler aus Leidenschaft zum Beispiel oder ihr Makler mit dem besten Service, das interessiert keine Sau. Aber super, aber mal gar keine. Warum? Weil es natürlich, mir ist es doch scheißegal, sozusagen, ob der eine Leidenschaft hat für Immobilien. Das finde ich am Ende des Tages gut. Ich muss da ganz kurz einhaken, weil das ist auch ein Thema, das brennt mir wirklich auf der Seele. Also ich habe ja ganz oft Gespräche jeden Tag mit Maklern, verschiedenste Ebenen, ob fünf Standorte, ob klein, ob groß, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Aber sobald man das Thema Markenaufbau anspricht, Personal Branding, sich richtig zu positionieren, ja, ja, das mache ich ja schon. Flyer habe ich alles und dies und jenes und das. Das mache ich ja alles schon. Markenaufbau, da bin ich dran. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage darauf richtig formulieren soll. Also was sagst du dazu, zu solchen Aussagen? Naja, jeder ist an seinem Markenaufbau irgendwie dran. Mit allem, was du tust, baust du etwas auf. Ja, wenn ich heute einen Post bei Instagram mache, dann baue ich auch ein kleines Stückchen von etwas auf. Ja, der letzte Podcast-Gast, der Dirk, hat das so schön metaphorisch dargestellt, der hat gesagt, wenn du ein Tropfen in das Wasserglas machst, dann passiert nichts. Und wenn du jeden Tag ein Tropfen in das Glas machst, ist das Glas auch irgendwann voll. Ja. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Auf jeden Fall. Das kann aber sehr lange dauern. Aber es kann sehr, sehr lange dauern. Und wenn du den Tropfen mal hier hinspritzt und mal hier hinspritzt und mal hier hinspritzt, dann kann es auch zu lange dauern. Deswegen, was Markenaufbau angeht, du brauchst eine Strategie. Wo ist dein nächster Schritt? Wo ist der nächste sinnvolle Step für dich, um deine Marke aufzubauen? Lass mich da nochmal gerade einhaken, Christoph. Und zwar, ich will nochmal, lass nochmal einen Schritt zurück gehen, nämlich den Schritt zurück auf dieses Thema Marke auf Zeit bei eben einem Film. Ja, weil so ein Sender wie Disney oder Warner oder wie sie alle heißen oder eben auch ein Musical wie Blindenberg oder Tina Turner, da warst du ja, glaube ich, sogar auch noch aktiv mitgestaltend, glaube ich. Ja, hab die Kunde, genau. Hör mal so ein Beispiel, wo so ein Musical, das ist ja auch eine Marke auf Zeit. Was geht da ab? Bei einem Theater oder bei einem Film oder was auch immer, du hast immer eine Story. Eine Story, die die Leute bewegt. Nehmen wir jetzt mal Tina Turner als Beispiel. Also ein Leben, glamourös, dann der absolute Niederfall. Sie hat sich durchbegebissen durch all diese Herausforderungen und hat es geschafft und hat eine irrsinnige Karriere hingelegt. Und genau, es geht am Ende des Tages erfolgreich heraus. Damit können wir uns identifizieren. Das schauen wir uns immer wieder gerne an. Das sind die Storys, die uns bewegen. Und das in das Marketing zu bringen, für einen Makler, für eine Dienstleistung, für ein Produkt, wie auch immer, das ist das Kraftvolle daran. Okay, du sagst ganz klar, also dein Statement ist, wenn ich zu dir komme und du sagst, pass auf, ich bin Immobilienmakler, du kannst mir Schritt für Schritt so eine Story anhand von entsprechenden Bausteinen Schritt für Schritt aufbauen, so dass ich in der Kommunikation nach draußen, jetzt vielleicht nicht Tina Turner bin, aber meine eigene Story so auf den Punkt zu bringen, dass das draußen knallt. Ja, weil das Prinzip ist immer das gleiche. Du hast eine Brandmatrix, so nenne ich das. Wenn wir das erarbeiten, eine Brandmatrix, an der du alles ausrichten kannst. Also du kannst deine Flyer danach ausrichten, Posting ausrichten, du kannst deine Webseite ausrichten, weil du die Bedürfnisse damit, ganz konkret die Bedürfnisse, die Wünsche des Kunden ansprichst. Um vielleicht jetzt nochmal, um es konkret zu machen, welche Bedürfnisse hat er denn? Zum Beispiel, natürlich hat er, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, Bedeutsamkeit zum Beispiel, Sicherheit, Abwechslung, Abenteuer. Wenn du das Bedürfnis Bedeutsamkeit ansprichst in deiner Kommunikation, dann sagst du sowas wie, verkaufen sie ihr Haus zum Preis, wo ihr Nachbar neidisch wird. Oder wo ihr Nachbar rot wird vor Neid. Geiler Spruch. So, dann merkst du, damit kann ich mich identifizieren, weil ich will natürlich viel besser darstellen als der doofe Nachbar. Ja, genau. Oder verkaufen sie zum Preis, wo ihr Nachbar nur von träumen kann oder was auch immer. Das ist der Unterschied, ganz konkret, zu einem Satz wie, ihr Immobilienmakler aus Leidenschaft, hier vor Ort. Also eigentlich, das machen ja eigentlich 90% daraus. Alle irgendwie den gleichen Slogan, nur anders aufgebaut. Es gibt ja so einen schönen Spruch, nichts nutzt das eigene Auto so sehr ab, wie das der Nachbar ein neues hat. Genau. Ja, der Nachbar hat ein neues Auto, scheiße, boah, meine Karre, die ist auch total am Arsch, muss ein neues Auto haben. Ja, weil ein Nachbar hat auch ein neues. Ja, ja. Verstehe, ja. Genau, das ist, und das in den Mittelpunkt zu stellen, und das passiert ja auch bei jeder Story. Bei jeder Story bist du dabei, folgst diesem Helden durch die Höhen, durch die Tiefen und verstehst ihn und hast Empathie. Und das passiert auch bei dieser Methode in deinem Marketing, in deiner Kommunikation. Okay, das passiert aber jetzt auf der Ebene ja Kommunikation zum Kunden, also die Kundenbedürfnisse. So, jetzt bin ich aber, jetzt will ich ja auch Tina Turner sein oder Udo Lindenberg oder wer auch immer. Also ich will ja auch scheinen. Ja, also ich will ja meine, mich auch gut positionieren. Jetzt ist es ja bei den Maklern so, Christoph, dass die, dass ja viele so sich verstecken. Also wenn man die Webseiten sich anschaut, die haben keine Bilder drauf, die haben Stockfotos, die gehen nicht in die Sichtbarkeit. Geht das dann überhaupt? Es ist halt schlecht. Du lässt halt 80 Prozent von deinem Potenzial, was da ist, liegen. Aber ich traue mich doch nicht. Ich traue mich doch nicht. Ich möchte doch gar nicht so in die Öffentlichkeit. Die Frage ist, warum traut er sich nicht? Weil er meistens denkt, er muss den großen Max machen und er sagt, das bin ich aber nicht. Aber er kann nicht er selbst sein. Und da bin ich nicht ich selbst. Das stimmt ja aber gar nicht. Denn was wir machen, ich habe ja mein Netzwerk, das reicht schon. Was wir machen, der Makler scheint ja nicht, weil er so ein geiles Auto fährt und weil er so geile Posts von sich selber macht, sondern er scheint dadurch, weil er es ermöglicht, dass sein Kunde einen tollen Preis erzielt, einen super Service bekommt, was auch immer. Das heißt, der Kunde erzählt die Story über den Makler, nicht der Makler. Der Makler ist nie der Held oder der Anbieter ist nie der Held. Das ist immer der Kunde. Okay, also das heißt, der Makler macht den Kunden zum Held und der Kunde macht den Makler zum Held. Genau. Also das ist ja dann letztendlich das Endresultat einer abgeschlossenen Hero Story. Richtig. Und da kann natürlich jeder Makler nach seiner Persönlichkeit sein Branding aufsetzen. Aber ich habe es erlebt in meinem Coaching, was ich mache, dass es eine richtige Erleichterung ist für die Menschen, dass sie endlich den Fokus weg von sich nehmen, hin zum Kunden und dann ihre Rolle definieren. Also würdest du sagen, das Allerwichtigste ist, dass der Makler dem Kunden das Gefühl ist, dass der Kunde Held ist und nicht der Makler versucht, den Held zu machen? Ja, also mehr noch, nicht nur das Gefühl gibt, sondern es ist einfach so. Es ist ein Gesetz, der Kunde ist der Held, es dreht sich alles um den Kunden. Und wenn das zur Erfolgsgeschichte wird, dann kann der Makler scheinen. Dann ist der Makler, dann wird er erfolgreich und dann gibt es Mund zu Mund, aber dann kannst du Geschichten erzählen, egal auf welchen Kanälen, im Social etc. Überall hast du Erfolgsgeschichten, womit Menschen sich identifizieren können, weil sie können sich nicht mit dem Makler identifizieren. Das ist den Leuten meistens echt egal, ob der jetzt erfolgreich ist, sondern sie wollen ihr Problem gelöst haben, genauso gelöst haben wie bei X oder bei Y. Das heißt, es muss ja auch immer mehr Storys von Kunden geben letztendlich am Ende des Tages. Diese sogenannten Testimonials, aber dann nicht einfach nur so irgendein Kram, sondern wirklich Videotestimonials, wo die Kunden sprechen oder ordentliche Kundenstorys gebaut werden, dass die Kunden das auch letztendlich bestätigen. Wenn man sich mal die Makler fragt, wie viele Videos hast du denn auf deiner Webseite oder wie viele wirklich echte Testimonials hast du und die meisten erzählen halt von sich. Also die Makler erzählen von sich. Ja, ich weiß. Und dadurch wird so viel Potenzial weggegeben. Guck mal, wenn du in einem Konzert bist, klassisches Orchesterkonzert, Symphonie und die hören einfach auf, ohne Finale. So fühlt sich das an. Du hast kein großes Finale, du hast kein alle geil, 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 sondern lässt es einfach liegen. Es ist einfach weg. Und das ist ja, was für ein geiler Moment, wenn der Verkäufer verkauft hat, wenn seine Veränderung abgeschlossen ist, wenn er einen Neubeginn hat oder wenn er das Geld, keine Ahnung, vom Verkauf in seiner Familie gibt, den Kindern gibt. Und das ist ja das große Ziel. Und das ist auch das, was der Makler ermöglicht. Und dieses Gefühl, diese Emotion, das musst du transportieren, das musst du erzählen lassen, das muss stattfinden auf deiner Webseite, so gut es geht. Denn damit identifizieren sich die neuen Kunden, die potenziellen Kunden. Und wenn du das nicht hast, dann hast du vielleicht Interessenten auf deiner Webseite, aber dann wirst du sie nicht gewinnen. Und jetzt haben wir natürlich einen großen Vorteil, nämlich du bist da schon eine Zeit lang bei uns auch im Coaching drin, als Coach für das Thema Personal Branding. Wir werden natürlich da auch weitermachen, wir werden es noch weiter optimieren, noch verfeinern, noch verbessern. Also das heißt letztendlich, du stehst unseren Kunden auch mit Rat und Tat zur Seite. Das ist ja die gute Botschaft. Absolut. Und das heißt auch, heute wollten wir euch den Christoph einfach mal hier auch vorstellen, als eben unser Personal Branding Experte, aber überhaupt auch als Brand Experte überhaupt. Und wenn euch das gefallen hat, dann in der Infobox findet ihr alle Informationen, wie ihr genau auch die Hilfe von Christoph als Immobilienmakler bekommen könnt da draußen. Mal abgesehen ganz davon, dass ihr diesen Podcast, unseren Evolution Podcast abonnieren müsst, definitiv. Und vor allen Dingen auch unseren YouTube-Kanal, um noch mehr von diesem Zeug zu erfahren. Ich danke euch dafür, dass ihr da wart. Sehr, sehr cool. Kleine, feine, aber mit großer Wirkung, mit großer Wirkung bringende Tipps hier heute gegeben zu haben. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal dafür. Und euch da draußen alles Gute, viel Erfolg. Vielen Dank.